Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Fun-Map unserer Fun-Let's-Plays-TTT Ups Ich bin der Take Was Ups Ich bin die Killer-Map Herzlich war Hasbro, deswegen Ups Ich bin das Mappy Go Eine Fun-Map zum Fun-Let's-Plays zur Fun-TTT, oder? Ja, genau Und deswegen das Ups Ups Eno Au! Boah, ich hab ne Pump Shotgun Vollgoll Und wir spielen noch mit einem Creeper Und ich hab Fallschaden, oh maaaannn Ich hab's gehört Oh maaaannn Dafür musst du jetzt sterben Wer? Ach der Opa aus dieser Verpackung da, dieses Hostage in der Box Äh, ich höre Man-Hacks Äh, Man-Hacks! Wo? Keine Ahnung, ich höre sie noch Irgendwo draußen Ich bin immer noch am Scorn-Dingens Ich bin bei Creeper Creeper ist da unten und bei ihm müsste ein Man-Hacks sein Ich bin bei Creeper Ich seh nichts Bei mir sind sie ziemlich laut hier oben Bei mir sind sie ziemlich laut hier oben Sie haben wieder kein Skin Ich seh nichts Ich seh nichts Ich auch nicht Wenn die mich jetzt töten, werden ihr Skin wechselt Okay Die sind innen drin Ist unheimlich Wo? Die sind innen drin Na gut, du auch kommst zu mir Wenn ich gleich tot bin, war es Creeper, gell? Nee, ich bin, äh, ich bin abgebogen, Kitty Gut Ich komm mal runter zu euch Ja, die sind in der Wand drin Hä? Ah, da oben ist einer Da oben, da oben Wo? Das war knapp Hä? Ich kann ja nicht nachschießen Jetzt hat Okay Fuck, ich hab nur noch 21 Leben Bin bei Take Ja, und hier ist ein Scorpico Ja, der ist schon weggelaufen Ja, der ist schon weggelaufen Ich bin jetzt, ich bin hier oben jetzt Ich bin jetzt, ich bin hier oben jetzt Ich war nicht dabei, als wir drauf geschossen haben Das ist richtig Ich bin oben, über dir, bitte Ja, ich seh dich Ich muss aber grad aufpassen, ich hörte mich im Bellen Also warum ich tendiere zu Creeper Ich kanns ganz ehrlich nicht sagen, nachdem ich am Anfang ja nicht Ich kanns ganz ehrlich nicht sagen, nachdem ich am Anfang ja nicht Irgendwie hab Mannix rauslassen Ich nicht Ich auch nicht Ich bin im Aufzug mit Take Häh? Auf dem Aufzug kommen Ah Da kommen Da kommen Mannix Irgendwer von den beiden Creeper Entweder Take oder Kitty Oh man Hä? Wie kommt man aus diesem scheiß Lüftung wieder raus? Ich bin da hinten nach vorne Ich bin da hinten nach vorne Das Problem ist, jedes Mal, wenn wir nach vorne gegangen sind, gings wieder bergab Achso Ja Deswegen kamen wir da nicht mehr raus Deswegen kamen wir da nicht mehr raus Deswegen kamen wir da nicht mehr raus Und die Brandgarate Ich hab die Weifel geklaut Ich hab die Diegel Ich hab die Weifel geklaut Äh warte komm mal mit, dann zeig ich dir wie man aus dem Aufzug rauskommt Take Ja warte ich geh da wieder hin Ne Äh wo waren die jetzt gleich wieder da? Das packt mich jetzt wieder Ne Ich bin nicht ganz oben auf dem Rahmen Da ist der Creeper Creeper lass mich am Leben Danke Dann hau ich jetzt ab Ich sehe Skorpiko springen Ja Skorpiko ist selbstbewusst Der einzige Weg nach unten Ist der einzige Weg nach unten Ja Hi Wer ist erschossen worden? Hä? Einer ist tot Creeper ist tot Von mir umgefallen Äh Skorpiko hab ich gesehen Mit einer Diegel Mit einer Diegel getötet worden Also Take Ich hab nur ne Rifle Ich hab keine andere Waffe Weil Skorpiko hab ich sehen können währenddessen Also war's Take Wo ist er denn? Er ist wieder oben in dem Schacht Ich hab ihn einmal getroffen jetzt Was? Nein hast du nicht Ich hab 100% Aua jetzt hast du mich getroffen Hä? Hab ich dich nochmal getroffen? Ja zweimal Sehr gut Er ist hinter den Hostage Ich kann auch dazwischendurch schießen Nur mal so nebenbei What the fuck? Man kann dazwischendurch schießen Ach du Wichser Du Wichser Nexus Du Wichser Ich hab bloß gesehen wie du zu mir rüber ziehst Hey du Arschloch Schießt der nochmal auf mich Schießt der nochmal auf mich Nee er hat nochmal auf mich geschossen Wo bin ich denn hier? Ich will nach unten Ich will zum Monopoly Äh okay Falschaden Aber ich hab keine Monopoly gefunden Aber ich hab keine Monopoly gefunden Ich brauche nicht Ich will Monopoly Ich will Monopoly Da ist Kitty Monopoly Ups Monopoly 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 It's not funny It's not funny It's not funny Kann man hier nicht irgendwo hoch? Irgendwo konnte man hier doch hoch Ah hier Ne hier ging es runter Wer legt denn da schon wieder Brackern hat? Ich nicht Ich suche immer noch Monopoly Äh Kripa ist tot Kripa ist gestorben Der ist runtergefallen Er war eh nur Bei uns wäre die Runde vorbei Ja ich kann ihn nicht Jetzt kann ich ihn anklicken Ja They fell to the death Wieso warst du nur so nah bei ihm? Weil ich gerade unten lang gelaufen bin Weil ich versucht habe eigentlich auf das Bett zu kommen Aber irgendwie komme ich da nicht hin Ich bin dafür zu blöd Da ich immer noch Muni suche Wo 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 Ich falle nicht Ich falle nicht falle nicht falle Ich habe was gehört Ich auch Was war das? Man-Hack oder Tourette oder sowas? Ja irgendwas Ich sehe es aber nicht Ich backts schon wieder Äh Take Lebst du noch? Scorpico Ich war nix Ich habe noch gar nichts gemacht Nein aber wenn Take nicht mehr lebt Und Creeper auch nicht Und ich jetzt Fallschaden habe Kannst nur du äh Ding sein Ich habe doch noch gar nichts gemacht Nein Ey Arno Ich habe nicht mal irgendwo wach dürfen Jetzt ist noch einmal Twitter Ich habe schöne Falle ausgemacht Aber nichts machen Ich wollte an die Leiter springen Und bin genau daneben gesprungen Alle drei liegen nebeneinander Ich leg mich dazu Alter So gut So gut Moment ich muss mal wieder Ich muss wieder Milch eingießen Ja gut Scheißrunde Scheißrunde Round restart Round restart Er will nochmal Traitor sein Ja nochmal Das war alles voll kacke Hab nix machen dürfen Ihr habt nur gehört wie du irgendwas aufgestellt hast Danach waren die anderen beiden tot Ich habe einen Randomaten hingestellt Ich habe einen Randomaten hingestellt Dass ihr meinen Namen nicht mehr seht Achso Wurde mich jetzt anschlagen Was ist denn nur? Ich will wieder Fallschaden Gott sei Dank ist Preparing ich bin tot Ja wie bei einer Folge Ja wie bei einer Folge Kitty fliegt und siegt nicht Okay Wie das ungefähr Nicht Ne N Ääääh Da kam ne Kitty entgegen Du hast schon wieder keinen Skin Nööööööööööööööööööööööööb Ich versuche eigentlich, eine Rifle zu kriegen, mit Muni und so. Ja. Ich bin Inno. Aber ich habe keine Rifle. Ich bin auch Inno. Ich komme nicht... Oh, Mensch. Nein, nein, nein! Gitti ist tot. Nein, Fallschaden. Macht ein Creeper da oben. Darum gucken wir immer. Wo oben überhaupt? Ganz oben. Da ist ein Creeper und da ist ein... Was ist das? Wer ist das? Da ist ein Kitty. Ich renne mitten im Raum rum. Ja, dann war es Kitty. Ich bin in einem Schacht irgendwo hinten. Was? Hello Kitty? Hello Kitty. Hello Kitty. Nehme mal die Rifle. Warum soll ich schauen? Das ist schön für dich. Ich habe Angst. Ich habe eh schon nur noch 62 Leben. Da kommt eine Kitty zu mir. Was? Irgendwer hat Fallschaden gekriegt. Einen Take. Ich habe nur noch Hälfte Leben. Ne, ich sehe es. Ich habe dich gesehen. Ah, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich habe dich vorbeilaufen. Echt? Ich habe dich nicht gesehen. Aber ich bin jetzt im Puppenhaus auf dem Bett. Bin mich? Ne, ich sehe... ähm... Ich bin mein Ventilator. Ich bin über dir. Ich bin gleich tot. Wie ist das denn? Weil er Fallschaden gekriegt hat. Ich habe den Ventilator mal angeschalten. Lebst du noch? Naja, ich leb noch. Ich kann das. Da ist ein Creeper. Take this weg. Ja, ich habe mich verzogen. Ich habe nur noch 27 AP. Super. Verfolgst du mich? Ja, Creeper verfolgt mich. Entschuldigung. Ich habe gerade gerülpst. Ja, weil das du nicht kannst. Ich habe keinen Verfolgung. Ich werde vom Creeper verfolgt. Böser Creeper. Ich komme da nicht hoch. Da geht es gar nicht. Da geht es lang. Nein! Kitty ist tot. Das heißt, es ist Creeper. Bin ich gut. Es ist doch Tech auch noch da. Ja, aber ich bin Enno. Und ich habe mich verzogen, weil ich noch 27 AP habe. Geh weg! So. Lebt Creeper noch? Ja. Er hat bloß Brandschaden gekriegt. Der musste ja unbedingt in meine Brand rein. So, wer von euch beiden ist es nu? Ich nicht. Kann ja jeder behaupten. Tech habe ich schon ewig nicht mal gesehen. Ja, ich habe mich verzogen. Ich habe nur noch 27 AP. Nein! Boah! Alter! Als ob ich mit euch zusammen sein wollte. Als Enno. Ich weiß, du hasst uns nur. Das ist auch mal eine gescheite Waffe oder sowas. Ne. Toll. Gesundheit! Ich habe nicht genießt. Du hast gelacht, ich weiß. Was lässt du deinem Lieb jetzt eigentlich noch? Und ich? Ja. Gut. Dann liegt die beiden noch. Das ist schön. Tot! Creeper! Wo bist du? Ein einer von Wilkart im Land. Take-up hat gerade selbst vorgegangen. Ich habe es gehört. Ja. Und? Trater? Das heißt, du bist Trater. Das ist gar nicht wahr, dass ich Trater bin. Nichts ist. Ich habe dich gesehen. Ich habe mich nicht bewegt. Keine Angst. Ach, Menno. Aber ich habe eine bessere Idee. Ich weiß, wie ich dich zum bewegen klinge. Echt? Wie? Ventilator. Ich habe mich da zählst. Ich bin auf den Schuppenloch mitgebracht. Ja, weil du dich immer noch bewegt hast. Ich habe mit Absicht jetzt da oben positioniert. Wenn, dann sterben wir beide. Oh, wundervoll. Und ich habe jetzt eigentlich gelacht, weil, 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 äh, 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 Creeper so, 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 so lustig geguckt hat und seinen Körper bewegt hat, während er versucht hat, an diese Leiter zu kommen. Ohne abzustürzen. Hi. Hi. Creeper, da liegt noch eine. Ich habe die geklaut, aber schau. Da liegt noch eine. Hey, wer die Striker? Ich will eine Rifle. Traitor. Was? Ja, Traitor. Seid ihr jetzt alle Traitor? Ja. Ich bin dein einziger Hino. Ja, super. Äh, jetzt kann man... Was, Leute, I love Kitty? Was? Wie ist der jetzt Hino? Moin. Ich verfolgste gerade mal. Fallschaden. Du verfolgst mich gar nicht. Du bist gerade nach oben. Bin ich gar nicht. Irgendwer schießt. Ich nicht. Oh, ich habe es geschafft. Ich sehe Kitty. Du hast schon wieder kein Skin. Nee, ja, ich verstecke mich kurz. Irgendwer schießt mir das Rotze. Ich nicht. Unter mir. Achso. Bleibst du jetzt da drüben? Was? Bleibst du jetzt da drüben? Ich bleib hier. Warum glaubst du, dass du ihm vertrauen kannst? Weil er nicht auf den Schossen hat. Das heißt noch lang nix. Oh. Kitty fliegt. Stürzt der Haufen ein. Kitty geht da gerade nach unten. Ja, ich habe es geschafft. Es schaut lustig aus, wie du kletterst. Ist mir egal. Ich habe gerade eben durchs Niesse mein Headset verloren. Ist saugeil. Man hat es gehört? Ich habe es gesehen. Du wirst von einem Creeper verfolgt. Warum? Wow, wow, wow. Und von einem Tag. Wow, wow. Und jetzt neun. Verdammt. Und Tag wandert da unten einsam und verlassen rum. Jetzt komme ich da nicht mehr raus. Geht nicht. Nein. Nach hinten an die Wand warten, bis du halb oben bist, nach vorne. Ja, ich komme ja nicht mehr hinter. Das ist es ja. Take ist auch bei euch. Oh, ich habe es geschafft. Habe ich dich gerade als Stütze gehabt? Cool. Da ist ein Creeper. Nein, da ist ein Take. Und ein Creeper. Und eine Kitty. Da ist ein Creeper und da ist eine Kitty. Und einer von euch dreien ist hier. Er ist ein Rieger, ich muss sogar von uns zu tun. Take kommt auf mich zu. Verschwinde. Wer hat geschossen? Wer hat geschossen? Ich will dich. Ich nicht. Kitty? Ja. Da ist eine Kitty. Na, Take, wo bist du denn? Wow, wow, wow. Hä? Wo warst du? Was ist über mir? Direkt über dir. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Hui. Okay, äh, Take darf Absage machen. Ja, das war eine lustige Folge TTT. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. 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 Servus.